Willkommen zurück. Nach ein paar wahrscheinlich sehr interessanten, spannenden, aber auch durchaus teilweise vielleicht schwerer zu verstehen Titel jetzt etwas Einfacheres. In einer Welt, die immer digitaler wird, ist es wichtig, dass es auch Leute und Organisationen gibt, die genau hinschauen. Wohlwollend auf der einen Seite, aber auch kritisch. Und mein Favorit bei dieser Organisation ist ganz klar digitale Gesellschaft. Und die feiert ja zehn Jahre Geburtstag. Seit zehn Jahren ist Erik Schönenberger, kurz gesagt Kirre, der Leiter. Und wir haben ein sehr aktives Mitglied, Patrick Stähling, kurz Pacchi. Der hat sich die Aufgabe genommen, auf die Jagd zu gehen. Auf die Jagd nach Interviews, Meinungen und Statements. Und die wird er uns jetzt präsentieren. Euch gehört die Bühne. Viel Spass. Ja, vielen Dank, Jörg, für diese netten Worte. Und herzlich willkommen zum 10-Jahres-Aus- und Rückblick. Das ist Kirre, ich bin Pacchi. Wir wollen euch heute mal auf etwas anderes mitnehmen, und zwar eine kleine Reise durch die Geschichte der digitalen Gesellschaft. Wir wollen euch erklären, wie die digitale Gesellschaft entstanden ist. Und wir wollen Menschen zu Wort kommen lassen, die die digitale Gesellschaft aktiv geprägt und begleitet haben. Ich habe in den letzten Tagen wirklich viele Interviews mit Leuten geführt. Und ja, werde euch jetzt auf die kleine Zeitreise mitnehmen. Kirre, weisst du noch, wie es angefangen hat? Ja, es gibt wohl mehrere Anfänge, die dann zusammengefunden haben. Ich würde den Ursprung, also die Vorläufe der digitalen Gesellschaft, im Kulturzentrum Bremgarten, im QZEB und im Computerlabor suchen. Ja, dann lassen wir doch mal die zwei Personen sprechen, die von Anfang an dabei waren. Hoi zusammen, ich bin der Mirko und ich bin schon länger im QZEB aktiv, im autonomen Kulturzentrum mit verschiedenen Tätigkeiten, administratives und auch handwerkliches, viel auch im Bereich Essen und Kochen und so. Ich bin der Benni Bues, ich bin Mitglied bei der DigiGest seit dem Anfang eigentlich. Vor allem Workshops zu Mailverschlüsselungsthemen und mache Bar am Winterkongress, wenn es das erlaubt, weil keine Pandemie ist. Hilfe mit, bei Webseiten zu bauen und einzelne Kampagnen zu arbeiten. Ja, die ersten Kurse, das waren tatsächlich so Linux-Workshops. Das war ungefähr 2006, wenn ich mich richtig erinnere. Damals haben wir tatsächlich noch PCs aufgebaut, da nicht alle Leute einen eigenen Notebook hatten und diesen einfach mitbringen konnten. Ja, ihr habt also quasi ein Computerlabor abgebaut. Ja, ja. Ich habe mit dem Kire zusammen im QZEB das Computerlabor gemacht. Plötzlich ist da vor allem Benni gekommen und er fand, jetzt machen wir einen Compi-Raum oder ganz viele Compi-Teile. Bei der Erwe, unsere Werkstatt, man hat ganz viele Teile angeschneppt, man konnte einfach bauen, man musste nie etwas kaufen. Linux installieren. Zu dem Mann hat man das auch wieder andere Themen aufgebracht, wie der Datenschutz oder die Datenverkehrssicherheit, wo auch ein Kire wieder mal mehr gekommen ist. In dem drin sind dann auch so Mailverschlüsselungssachen stattgefunden oder Thor ist irgendwie das Ding, haben wir Workshops gemacht, wie funktioniert das, wie kann ich das verwenden etc. Und aus dem heraus ist dann eigentlich so ein bisschen das übergegangen, in die Privacy Foundation wird gegründet, man hat irgendwie einen Namen und ein bisschen das Label und haben dann so ein bisschen Reihen angefangen mit dem digitalen Aikido und sind auch an vielen Orten eingeladen worden. Wir haben selber organisiert in verschiedenen Städten, um solche Workshop-Reihen durchzuführen. Um das selber zu organisieren, aber haben auch gesagt, hey, wenn Organisationen Interesse haben, könnten wir uns an uns herantreten und wir kommen quasi mit dem Workshop. Sie organisieren den Raum und die Leute und so. Und haben dort für verschiedene Investigativ.ch oder so gefragt, hey, wir wollen das für unsere Mitgliederinnen anbieten, können wir das machen. Immer wieder die Workshops gemacht. Mein ursprünglicher Impuls war, selber einen Thor-Server aufzusetzen und zu betreiben. Ich habe dann gemerkt, dass das rechtliche Herausforderungen hat und bin auf das an einen digitalen Selbstbefertigungskurs gegangen, um einmal mit dem Kiri und dem Beni ein Gespräch zu führen. Mein Name ist Simon Gamperbein, ich bin seit 2013 bei der digitalen Gesellschaft im wichtigsten Sinn involviert und beruflich Informatiker. Ich habe beide nicht gekannt, ich bin einfach dorthin, weil das ist dann irgendwie aus einem Mail-Ausdustausch raus, ist das so gewesen, ja komm doch auch. Und dann bin ich dorthin und dann habe ich eigentlich den Privatsphärenkurs mitgemacht und im Nachgang sind wir noch ein bisschen ins Plaudern gekommen. Ja, da kommen Erinnerungen hoch. Gibt es diese vorherigen Organisationen noch, die Swiss Privacy Foundation, Kire? Ja, also nach der Gründung der digitalen Gesellschaft haben die beiden Organisationen fusioniert. Der Zweck der Swiss Privacy Foundation war ja der Betrieb von Thor-Servern und das Anbieten der Kurse zur digitalen Selbstverteidigung. Wir haben sie auch eben gehört und diese Dienste wurden dann von der digitalen Gesellschaft übernommen. Das heisst, die Kurse finden eigentlich immer noch statt? Ja, die Kurse finden weiterhin statt, auch sehr regelmässig. Zum Beispiel an der Journalistenschule am Matz in Luzern, wo wir immer jeden Herbst ein Seminar füllen. Und warum diese Kurse immer noch so wichtig sind, erzählen uns jetzt Leute, die es eigentlich wissen müssen. Und unterdessen ist es mein Teil eigentlich nur noch am Medienausbildungszentrum Matz in Luzern einmal im Jahr, wo das Teil eines Ausbildungsmoduls ist, wo ich diesen Kurs gebe. Das heisst, glaubt es, unterdessen Quellen schützen, Grundlagen. Ich bin Dominik Strebl, ich bin Studienleiter an der Schweizer Journalistenschule Matz, dort zuständig für Diplomausbildung, Journalismus und für den CAS Datenjournalismus. Ich bin spezialisiert in Medienrecht, Recherchen. Die journalistische Arbeit bedingt ja, wenn man einen Quellenschutz aufrechterhalten will, man sieht, dass der juristisch nicht immer durchsetzbar ist. Je nachdem, um was es geht, verliert man juristisch. Und kann eigentlich den Quellenschutz nicht aufrechterhalten, wenn man nicht technische Massnahmen hat, die den begleitet. Für mich war schon ein Bewusstseinssprung, das ich wirklich gemerkt habe über die digitale Gesellschaft, über Kiri und Beni, wo wir uns unterrichten können, dass man sehr bewusst ist, dass man den rechtlichen Quellenschutz auch heutzutage brauchen kann. Und jetzt gerade als Jurist ist das noch ein bisschen heftiger Erkenntnis, oder? Der Schutz, der hier so propagiert wird, der in der Verfassung verankert ist, in Gesetzen ausformuliert ist, heutzutage ist der entscheidende Moment eigentlich, hilft er nicht. Deshalb muss man eigentlich das Know-how vermitteln, vom Verschlüsseln, vom Spuren am Surfen und so weiter, von sicheren Messengern, weniger sicheren Messengern, E-Mail-Provider und so weiter. Das Wissen braucht man. Das hat also mein Verständnis vom Quellenschutz massiv verändert. Was soll man dazu noch sagen? Das ist ein bisschen erschreckend. Man hat also mit diesen Kursen von Anfang an gute Kontakte knüpfen können, vor allem auch zu Journalistinnen. Ja, das stimmt. Wir hatten bereits früh guten Kontakt, beispielsweise zu investigativ.ch, dem Verein für investigative Journalistinnen und Journalisten. Dominik war damals Präsident. Die ersten Kurse haben wir gemeinsam durchgeführt, bevor sie dann zum ganzträckigen Seminar ans MATS aufgenommen worden sind. Das Gute an den Kursen war auch, dass sie sehr viele Kontakte ergeben haben und das dann zu einem Netzwerk geführt hat. Und ich glaube auch genau diese Vernetzung und auch die Vernetzung mit anderen Organisationen hat dann schlussendlich auch zum ersten Treffen, zum ersten Netzpolitik-Synergie-Treffen geführt. Und es ist dann aber auch klar geworden, dass eigentlich ja ganz viele verschiedene Gruppen Personen unterwegs sind, die sich irgendwie politisch engagieren um Tatschutzthemen herum, Freiheitsrechte in der digitalen Welt. Und es doch wichtig wäre, dass man diese bündeln würde. Und dann ist eigentlich die Einladung entstanden zum ersten netzpolitischen Frühlings-Treffen, wo man alle die, die man so gekannt hat oder gewusst hat, die sind eigentlich noch um die Leute wie eingeladen hat, zum zusammen sitzen und das hat dann zu der Gründung der DGG-S geführt. Und so ist das ein Zusammenzug gewesen von ganz unterschiedlichen Parteien und Leuten und einzelnen Menschen, die aber auch am Tisch gekannt haben und mal Themen in einen grösseren Bereich geredet haben. Am Anfang ist einem das ein wenig vorkommen als März, dass ihr ein Treffen, wo die Leute machen müssen, weil sie sich sonst nicht treffen dürfen heimends. Das hat auch noch einen ganz coolen Touch gehabt. Da haben wir jetzt 25 Menschen mit Kompis, die machen einen Kreis, in der Mitte haben sie ein Tisch aufgestellt mit einer Pflanze, symbolisch, dass doch noch etwas Grünes da ist. Und haben da halt ein paar Stunden lang über die Themen geredet. Und ich bin als erstes Mal schon gefragt worden, ob ich einfach kochen wollte. Kira und Benny haben nicht mehr gerne gegessen, wenn ich gekocht habe. Und dann fand ich, ob ich nicht auch kochen würde. Und dann durfte ich während dieser Zeit zuhören. Das haben alle eigentlich, die einfach nicht gross gestört haben. Aber dann habe ich versucht, leislig zu kochen, während die Leute dort besprochen haben. Und so, dass sie nach 6 oder 7, wenn das Treffen fertig ist, natürlich nach ein bisschen Verspätung immer, es nachts gehabt haben. Wir hatten schon Kontakt gehabt. Dann hat man natürlich auch mal versucht, mehr ihr Live zu machen, was ja heute nicht so möglich ist. Und dann sind wir dann nach Bremgarten, in das Kulturzentrum, wo man zuerst schon gedacht hat. Was ist jetzt da los? Und hat die Leute getroffen und hat gemerkt, die ticken ja genau gleich. Ich bin der Jorgo Naniadis. Ich komme eigentlich aus der Region Bern, neben Ostermundigen. Ich bin hier im grossen Gemeinderat neu. Ich bin eigentlich Elektro-Agenieur, also immer schon sehr digital affin gewesen. Und irgendwo hat man auch politisch auch in eine digitale Ecke hineinzogen und da bin ich gelandet. Ob man einen anderen Ort fände, als ein Scouts, ob man einen anderen Ort fände, als Bremgarten, weil ein paar haben gesagt, ja, Bremgarten ist doch ein wenig weit. Wobei, wir von Bremgarten bezeichnen Bremgarten als Zentrum der Welt. Ich dachte, ich kann es nicht verstehen, wenn wir das anders sehen. Das Bremgarten war doch das, glaube ich. Ich hatte vor, auf Bremgarten zu kommen und dann aber nie dort gelandet bin. Nein, Bremgarten hatte ich aber nicht geschafft. Ja, Kire, Bremgarten als Zentrum der Schweiz. Was sagst du dazu? Ja, es wurde tatsächlich immer wieder darüber diskutiert, das Treffen an einem anderen Ort zu veranstalten. Spätestens, wenn dann die Diskussion aufs Essen gekommen ist, war dann aber das KUZEB und Mirka doch wieder gesetzt. Ja, und so haben die Treffen seit 2011 jedes halbe Jahr im KUZEB stattgefunden. Erst 2019 im Herbst waren wir das erste Mal an einem anderen Ort, im Royal in Baden. Und ja, im letzten Jahr waren dann die beiden Treffen dann natürlich online. Wobei zuerst noch geplant war, dass wir für ein ganzes Wochenende ins Tessin gehen würden. Und das hat dann natürlich nicht geklappt. Und das ist jetzt für den nächsten Herbst vorgesehen so die Hoffnung mindestens zurzeit. Ja, das hoffen wir glaube ich alle, dass es ein bisschen besser wird. Jetzt zurück zu den Kursen. Jetzt waren immer mehr Organisationen auch beteiligt. Es gab auch immer mehr Organisationen, die sich da engagiert haben. Aber das skaliert halt trotzdem nicht so gut. Ja, also mit den Kursen erreicht waren dann vielleicht 25, auch mal 50 Personen. Aber das war es dann halt auch schon. Also es skaliert nicht. Das ist super. Ja, genau. Und aus diesem Grund wurde dann ja auch ein anderes Projekt initiiert. Wissentlich mit der Digi-Gesellschaft, intensiver zusammengearbeitet. Sicher, wo es um den digitalen Roggeber gegangen ist, den wir mit der Digi-Gesellschaft ausgegeben haben. Was ich heute noch finde, ist irgendetwas vom Besten. Und der Wert ohne Digi-Gesellschaft und Chaos Computer Club vermutlich gar nicht machbar war. Und das ist jetzt gerade in der ganzen Corona-Zeit auch etwas, das ich auch immer wieder vielen Leuten empfehle, reizuschauen, wenn sie immer auf den gleichen Tools sind, die ich nicht so wahnsinnig cool finde. Also angefangen bei WhatsApp bis hin zu Zoom. Und die Leute sagen, hey, es gibt im Falle auch noch andere Tools, die datensparsamer sind. Und dann merke ich, dass die meisten einfach gar keinen Zugang dazu haben. Und der Ratgeber, der jetzt auf der Digi-Gesellschaft aufgeschaltet ist, ist da extrem hilfreich, die Leute auch in diese Debatten reinzubringen, damit man andere Tools kann nutzen. Ich bin Susanne Boruss. Ich bin Journalistin. Ich war eigentlich mein ganzes Leben nicht anders als Journalistin. Ich bin schon seit über 30 Jahren im Journalismus. Ich habe sehr lange Zeit bei der WOTZ als Redaktionsleiterin gearbeitet. Ich habe dort vor drei Jahren aufgehört. Als Redaktionsleiterin bin ich aber immer noch als freischwebende Satellit schreibenderweise bei der WOTZ tätig. Und jetzt seit Anfang des Jahres habe ich ein neues Amt hinein. Ich bin zur Präsidentin der Schweizer Presse gewählt worden. Da bin ich aber noch sehr frisch und mich einschaffe. Ja, im Ratgeber empfehlen wir unter anderem auch der Gebrauch vom Tor. Und das ist ja auch Teil der digitalen Gesellschaft, dass man diese Server betreibt. Das war eigentlich auch in den Vorgängerorganisationen schon so. Und man erlebt ja so einiges, wenn man einen Tor-Server betreibt. Gibt es da irgendeine Geschichte, die man kennen sollte zu diesem Thema? Ja, ich vermute schon, worauf du ansprichst. Kommt ein Nachzug darin vor? Nicht nur. Nicht nur. Und dazu von unseren Protagonisten, bitte. Wir haben ja immer den Standort gesucht, um diese Server in einem Rechenzentrum zu betreiben. Und es war klar, wir brauchen eine Bandbreite für das. Und wir haben dann mit INIT7 quasi eine Firma gefunden, die dem offen war gegenüber. Und wann ist es dann zu diesem Angebot gekommen? Oder dass wir im Nikhef in Amsterdam, wo ein grosser Pop ist, wo viele Transatlantik-Kleitungen reinkommen, auch dort drin im Rack von INIT7, wo dort Netzwerch-Routing macht und so, können die Torex auch noch rein tun. Und da haben wir eine Reise gemacht mit dem Zug und dem Server unter dem Arm. Dann sind wir auf Amsterdam und haben den Server installiert. Dann sind wir tatsächlich mit dem Server unter dem Arm mit dem Nachzug nach Amsterdam gefahren und haben den dort eingebaut und konfiguriert in einem Café irgendwo in der Stadt und sind wieder zurück. Eine witzige Sache war dabei, dass der Zug irgendwie 30, 40 Kilometer vor Amsterdam am Morgen um 20.30 Uhr stehen geblieben ist. Und wir haben einfach mal so zwei Stunden auf offener Strecke in dem Zug warten müssen. Irgendwie ist der Zug noch stehen geblieben, genau Neumann. Irgendwie ein paar Stunden sind wir dann einfach in dem Zug geschlossen. Irgendwann haben wir dann, ich weiss nicht vielleicht, das ist schon recht bei einem Bahnhof gewesen, haben wir dann aussteigen und irgendwie müssen warten um einen anderen Zug und so. Aber anyways hat dann am Schluss irgendwie alles geklappt. Aber schlussendlich ist der Server ins Netz gegangen und für ein Moment online gewesen. Ich habe das Bild vor Augen, wie wir in einer Bar sitzen und der Beni hat den Laptop offen und ist da am in das schwarze Fenster drehtippen und dann schlussendlich hat es geheissen, er geht und wir sind wieder online. Ja, ein Grund, warum wir Torserver betreiben, ist ja unter anderem die Überwachungsgesetze in der Schweiz, aber auch weltweit. Und da gab es ja immer so ein Projekt, um die ganze Überwachung ein bisschen fassbar zu machen. Erinnerst du dich daran? Ja, also der Ursprungsgedanke, der zur Gründung der digitalen Gesellschaft geführt hat, war ja tatsächlich die Erkenntnis, dass Kampagnenarbeit anstehen wird. BÜPF, NDG sollte überarbeitet werden, also die zwei Überwachungsgesetze. Und die erste Informationskampagne galt der Vorratsdatenspeicherung. Und vor der Beschwerde, die ja mittlerweile am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hängen ist, haben wir die Daten von Balthasar Glättli von seinem Provider erhalten und zusammen mit Michael Kreil, damals von Open Data City, visualisiert als Informationsprojekt. Ja, und Balthasar war natürlich gerne bereit, seine Sicht auch darzulegen, wie es ist, wenn man seine Randdaten vom einen Tag auf den nächsten plötzlich visualisiert im Netz vorfindet. Ich bin, glaube ich, mal so im Sinne von, hey, dir schicken wir doch auch einen Einzahlungsgeschein, so zum Mitglied zu werden. Da habe ich aber eine gute Handlung gefunden, dass er mir einfach einen Einzahlungsgeschein schickt. Ich bin der Balthasar Glättli, ich bin jetzt Präsident der Grünen Schweiz, aber lange Jahre auch Fraktionspräsident gewesen von der Grünen Schweiz, seit 2011 Nationalrat und habe als einer meiner Schwerpunkte seit 2011 immer Netzpolitik gehabt, darum auch den Bezug zur digitalen Gesellschaft. Die erste grosse Zusammenarbeit, und das war im Zusammenhang mit der Vorratsdatenspeicherung, so als Voraktion auf das BÜPF-Referendum, wo man aufzeigen wollte, und wo ich mithelfen konnte mit meinen Daten, dass man zeigen konnte, was eigentlich jetzt schon von jeder und von jedem, der ein Handy braucht, an Daten gespeichert wird. Diese Visualisierung hatte ganz klar eine wichtige Funktion im Medien. Ich bin angesprochen worden, auf das, wenn ich irgendwo gepostet bin, im Coop oder im Biolädeli, und das hat mir auch möglich gegeben, mit vielen Leuten darüber zu sprechen, und ich glaube vor allem, es hat wie dazu beigetragen, dass man überhaupt gewusst hat, über was man spricht. Für mich selber war es eigentlich nicht mehr wirklich wohl. Obwohl ich ja eigentlich gewusst habe, also ich bin nicht eingetrickset worden, ich habe schon gewusst, auf was ich mich einlade, aber je konkreter das geworden ist, desto schwieriger ist es auch, ist es dann für mich geworden zu sagen, doch, ich bleibe dabei. Also man hat dort genau gesehen, wie wertvoll das eben auch die sogenannten Randdaten sind, die, die in den Vorratsdaten gespeichert werden, also nicht der Inhalt der Kommunikation, sondern nur, wer, wenn, wie, wer, wann, wo gewesen ist. Und wenn man dann das mit ein bisschen Daten eben korreliert zusammenführt, dann nachher gibt das ganz schnell brisante Informationen. Und das war natürlich auch ein Teil von dem, was mich dann ein bisschen Bauch weg gemacht hat. Ich habe auch gemerkt, dass es schwierig war quasi. Ich musste für mein Kontaktnetzwerk, um den Anforderungen vom Datenschutz genügend zu tun, von den Personen, die man quasi dann gesagt hat, okay, dann hat der Glättli mit dieser und dieser Person Kontakt gehabt, auch ein Einverständnis haben, dass sie mit ihrem Namen dort dort erscheinen dürfen. Ich habe das dann am Schluss nur von relativ wenigen bekommen. Ich verstehe auch, warum. Aber das wäre natürlich genau das, was ja dann, wenn man alle Daten hat, eben eine Zusatzinformation ist und natürlich spannend ist. Also der Fraktionspräsident, mit wem muss eine Fraktion telefonieren, wie häufig, mit welcher Lobbyisten telefonieren, wie häufig, wann vor welcher Sitzung. Das sind spannende. Oder ein anderes Thema im Bereich Pressefreiheit irgendwo, hat es eine Kommissionssitzung gegeben, hat vielleicht ein Like aus dieser Kommissionssitzung gegeben, irgendeine Information, die an die Medien gegangen ist. Und nachher fragt man sich, aha, der Herr Glättli hat am Nachmittag mit dem Journalisten telefoniert. Und dann entsteht sofort ein Verdacht, obwohl er vielleicht mit dem Journalisten noch telefoniert hat, und gesagt hat, ich kann Ihnen nichts sagen, das unterstatten Kommissionsgeheimnis. Ja, so viel zum Thema, wer nicht zu verbergen hat. Also wenn da selbst andere Politiker ihre Daten nicht rausgeben wollen. Nun, neben dem Ratgeber haben wir ja dann noch andere niederschwellige Angebote gemacht, wo sich dann auch andere Teile, also jetzt wir uns selbst, sich informieren können. Ja. Ja, da ist sicher speziell Karl Digital zu nennen. Eine Veranstaltungsreihe, mit der wir uns sehr bewusst auch an Leute von der Strasse richten oder auf sie zu gehen und die interessierte Öffentlichkeit ansprechen. Da hast du auch einen Clip. Ja, es war tatsächlich nicht einfach, aber ich habe heute Morgen noch ein paar Stimmen sammeln können. Ja, statt wie es sonst noch kann. Das ist eine Veranstaltungsreihe, wo es darum geht, dass man versucht, die gesellschaftlichen Auswirkungen von der Digitalisierung eigentlich einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und das zusammen mit Experten zu diskutieren können. Hallo miteinander. Ich bin Roberta und ich organisiere den Karl Digital für die digitale Gesellschaft mit dem Karl der Große in Zürich. Ich habe, glaube ich, gerade mein Doktorat gestartet an der Uni St. Gallen und bin dann vom Christoph Laszlo, habe ich, glaube ich, eine Mail bekommen. Den habe ich noch gekannt von meiner Studienzeit an der Uni Zürich und der hat mir erzählt, dass er und die digitale Gesellschaft planen, so eine Veranstaltungsreihe zu machen, wo es eben, wie gesagt, darum geht, dass man versucht, Digitalisierung einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen und hat dann gefragt, ob ich Lust hätte, mit ihm und dem Kinder mal beim Volkshaus zu Mittagessen und das Ganze zu besprechen und ich war Feuer und Flamme für die Idee. Ja, ich meine, die Zusammenarbeit hat immer extrem gut funktioniert. Es war total toll, dass Karl von Anfang an gefunden hat, total toll, dass sie das machen. Sie finden es extrem wichtig. Sie stellen uns alles zur Verfügung, was wir brauchen oder was sie haben auch. Und das hat eigentlich immer super funktioniert. Es war total toll, das in diesem Rahmen durchzuführen, weil Karl der Grosse ist ja wirklich so ein Begegnungsort, wo man auch merkt, man hat extrem ein gemischtes Publikum und es sind zwar viele Leute gekommen, die sich mit der digitalen Technik auskennen und eben, wie gesagt, auch aktiv sind. Und gleichzeitig hast du aber auch wirklich eine interessierte Öffentlichkeit und wirklich von jung bis alt und Leute, die sich über Zeitungen informieren, bis zu Superspezialisten, bis zu Passanten, die einfach vorbeikommen sind und gefunden haben, ah, da aussen hat es ein Schild, das klingt jetzt noch gut, ich komme jetzt mal rein, höre. Das habe ich wirklich auch immer extrem geschätzt, also sowohl vom Ort und von den Leuten, die dort arbeiten, als auch einfach vom Charakter, der das Wahnsinn hatte. Also das ist so die Idee von Karl auch gewesen, dass man so Formate so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht standardisieren, aber so ein bisschen ins Programm einbetten, wo dann nachher auch selbstständig stattfinden könnte. Und das ist eigentlich Karl in Ital so ein Paradebispiel gewesen für eine Kooperation, die dann so angefangen hat und mittlerweile eigentlich recht einen festen Platz in dem Programm hat und mehr oder weniger unabhängig von Karl auch läuft, so wie ich das in Erinnerung habe. Das war so eine gute Idee gewesen. Mein Name ist Arleg Graf, ich habe Kulturwissenschaften studiert und dann ein Praktikum Karl der Grosse gemacht in Zürich und dann dort Programmleitung und Kommunikationsleitung gemacht. Mittlerweile bin ich zurück an der Uni und mache meinen Master und arbeite nebenbei bei der Kulturförderung. Unsere Rednerinnen und Redner konnten immer sagen, sie können auf ein aktives und engagiertes Publikum erzählen. Also dass man auch merkt, die Leute sind extrem bei der Sache, sie sind engagiert, sie sind extrem leidenschaftlich, sie stellen kritische Fragen und das habe ich von Anfang an festgestellt. Und das finde ich wirklich extrem toll. Und ich muss heute noch an euch denken, bei meinen Passwörtern, weil ich nach der ersten Dark Night bin ich wirklich nach Hause gegangen und habe alle meine Passwörter geändert. Heute noch nach dem Schema, das ich dort gelernt habe, wie man sich das merken kann. Also von dem her würde ich regelmässig euch erinnern. Das ist sehr schön. Ja, obwohl ich gleich nebenan wurde, habe ich es leider nicht immer geschafft, beim Carl Digital vorbeizuschauen oder dem Vorgänger, der Dark Nights, wie das Arlet jetzt gesagt hat. Aber ich habe es eigentlich nie bereut zu gehen. Es war immer sehr spannend, total coole Leute. Ja, voll. Also Carl Digital ist tatsächlich sehr wichtig, auch weiterhin für uns, um gerade eben Themen zu verbreiten und auch Leuten im Umfeld eine Plattform bieten zu können für ihre Themen und Projekte. Und ja, also nach der Pandemie wird das ganz bestimmt weitergehen. Ja, also letztes Jahr hat nicht viel stattgefunden, aber dann wird es dann hoffentlich bald wieder weitergehen. Na cool, ich freue mich. Robert hat auch gesagt, dass eigentlich die nächste Speakerin eigentlich schon aufgegleist ist. Also sobald wir wieder dürfen, geht das auch wieder los. Jetzt eine weitere solche Veranstaltung, die niederschwellig sein soll, die einfach auch einen Einblick gibt in die Netzpolitik, ist natürlich unser Winterkongress, bei dem wir uns jetzt befinden. Und auch dazu haben wir ein paar Stimmen eingeholt von Leuten, die den Winterkongress organisieren oder zumindest die Lokalität zur Verfügung stellen. Bitte. Ja, es war eine sehr spannende Angelegenheit eigentlich, weil es fängt schon damit an, dass es inhaltlich so war das. Ich kannte die digitale Gesellschaft vorher auch. Also den Namen hatte ich schon gehört. Aber was es genau bedeutet, dass es da Leute gibt, die hinter den Kulissen schon sehr seriöse und politisch relevante Arbeit gemacht haben, dass da Sachen begleitet wurden, die in den letzten Jahren zur Diskussion standen. Und das war mir neu, habe ich dann sehr interessiert zur Kenntnis genommen. Also dass es doch ein Verein ist, der ja nicht ohne ist, der durchaus Einfluss hat beziehungsweise über seine Fachkompetenz eben Einfluss gewinnen kann, fand ich schon mal thematisch sehr spannend. Name Kiros Kikos. Ich bin in der Roten Fabrik in Zürich, dort im Konzeptbüro hauptsächlich. Also ich kann mich vor allem dann an den zweiten Winterkongress erinnern, weil das für uns immer so ein bisschen logistische Herausforderungen gewesen sind im KAL, weil wir einfach so grosse Formatzuschnitte hatten. Und ich war vor dem Kongress sehr nervös, aber der Kire hat mir immer gesagt, nein, Ali, da musst du dir keine Sorgen machen. Weisst du, die helfen dann alle mit. Und das ist wirklich für mich eines der grössten Formate gewesen, aber auch eines der schönsten, weil es wirklich gestorben hat. Also das war so ein unkompliziertes Publikum und alle haben mitgeholfen. Und eigentlich so fast ein bisschen, nicht ein Selbstläufer, weil es ist extrem viel Arbeit dahinter gesteckt. Aber der Tag war nachher sehr schön und das ganze Haus war belebt und überall ist etwas gelaufen. Und einfach das Engagement und die Diskussionsfreude habe ich sonst selten erlebt an Veranstaltungen. Und ich glaube im Grossen und Ganzen war das eine sehr, sehr, sehr angenehme Zusammenarbeit und Situation. Also ich habe noch in Erinnerung das natürlich auch mit dem ganzen Streaming, den technischen Aufbauten, den Netzgeschichten, die ja zusätzlich ansparten mussten, unsere Technik nicht überfordert war das gar nicht, aber natürlich schon. Man hat gemerkt, uiui, schon sehr viel Logistisches am Start, was bedacht werden muss. Und dann ist man immer ein bisschen vorsichtig, weil man kennt ja, also man hat einige Erfahrungen. Und wir arbeiten ja mit extrem vielen Produktionsarten zusammen. Nebst den Superprofis aus jedem Genre gibt es dann auch sehr gerne, werden da Leute unterstützt, die halt technisch nicht so, also die keine Profis sind, die es eigentlich mehr neben machen. Und da weiss man, dass man sehr viel unterstützen muss, dass sehr viele Absprachen ja immer so einfach klingen und dann in der Ausführung ein Wahnsinnshammer sind. Und wenn es dann so komplex wird bei den Sachen der digitalen Gesellschaft, war natürlich immer so Alarmglock im Hintergrund. Der eine oder andere war ein bisschen schockiert, einfach halt auch, wie es ein städtisches Unternehmen ist und man das nicht so kennt. Aber ich war froh und ich fand es auch einfach sehr amüsant, zu sehen, wie wirklich das Haus so übernommen wurde. Also wie ihr da eingefallen seid, aber auf eine sehr positive Art und Weise. Und das ist eigentlich die Idee von Karl. Also dass man wirklich kann kommen und aus dem Haus das machen, was man irgendwie davon braucht und die Rimmlichkeiten nutzen. Und halt eben auch mitbringt, was vielleicht noch nicht vorhanden ist. Und das haben die immer so gemacht. Und darum habe ich das eigentlich wirklich sehr positiv erlebt, dass ihr auch die gerade Infrastruktur mitbringen. Und das war wie eine Sorge weniger gewesen für mich, denn okay, das WLAN muss ich mir nicht Sorgen machen, da sind ihr, da schaut ihr und so. Das war schon auch einmalig. Ich finde es aber auch die verschiedenen Winterkongresse, die ja durchaus auch ein teilweise überraschend grosses Publikum angeloggt haben, eigentlich eine Erfolgsmeldung. Weil ich sage jetzt mal, die meisten Leute verstehen, dass unter Digitalisierung hauptsache ihr Smartphone funktioniert. Ist etwas, ist eine Grundlage, ist sicher ein wichtiges Element im Alltag. Aber ich sage jetzt mal, das Prinzip der digitalen Selbstverteidigung, oder auch da die Leute erklären, dass nicht alles glänzt, was goldig ist, auch in der digitalen Welt. Das finde ich sehr wichtig. Und wenn wir uns jetzt auch bei den Medien nachmachen können, ist das ein absoluter Erfolg. Jürgen Mäden, Nationalrat der Grünen Liberalen aus Zürich und Stadtrat von Opfig. Zum wohlwollenden Rückbetrachten aller war das eine extrem angenehme Zusammenarbeit. Also auch von technischer Seite hatte ich so erst Feedback, ey, die wissen ja genau, was sie tun. Und trotz der sehr knapp kalkulierten ganzen Aufbauzeiten und so war es, glaube ich, für alle relativ stressfrei. Ja, schon cool, so ein Feedback zu bekommen von Profis. Ja, super. Die Zusammenarbeit war uns ja auch immer sehr wichtig. Und gerade auch die Zusammenarbeit mit der Roten Fabrik und dem Karl ist immer super angenehm. Das Ganze zeigt aber auch etwas, dass wir doch mittlerweile etwas breiter aufgestellt sind und jetzt nicht nur in der IT-Szene verankert sind. Wir hatten ja zum Beispiel auch schon oder waren schon beteiligt an einer Theaterproduktion oder 25 Filmprofis haben einen Film zum Überwachungsgesetz BÜP gemacht. Ja, also vielfältige Kontakte und Learnings, die helfen da natürlich. Ja, klar. So ein Verein oder eine Organisation besteht ja nicht nur aus den Mitgliedern, sondern auch aus Leuten, die mit dir interagieren, die auch aktiv mitarbeiten. Ob das jetzt interne oder externe sind und wie sie über die Zusammenarbeit denken, sehen wir jetzt in diesem nächsten Beitrag. Ja, sehr auf Augenhöhe, sehr unkompliziert, sehr interessiert, also jetzt an inner-journalistischen Fragestellungen und sehr kompetent im Übersetzen vom technischen Software-mässigen Wissen, das sie haben. Ja, und interessiert an meinem Wissen. Also jetzt einfach so den Winterkongress, so zum Teil Anfragen für Workshops zu machen, wo ich auch gesagt habe, da fliesst wichtiges Wissen zusammen. Also das juristische, das journalistische, das Programmier- und Sicherheitswissen, Grundrechtssensibilität, das ist spannender nix. Was ich wirklich einfach sehr lässig finde, ist, dass man über die digitale Gesellschaft extrem Zugang zu extrem vielen gescheiden, informierten und engagierten Leuten hat. Also das heisst, wir haben wirklich oft gemerkt, wenn es umgegangen ist, dass wir irgendwie irgendwie entweder Expertinnen oder Experten gebraucht haben oder wir gefunden haben, da sind wir uns noch nicht sicher, wir würden uns da über Input freuen, dass man da einfach extrem darauf erzählen konnte, dass das relativ schnelle und gute Rückmeldungen gekommen sind und Inputs. Und ja, ich glaube einfach allgemein, dass man wirklich merkt, es sind viele Leute, die sich eben für diese Fragen interessieren, was wichtig ist und dass man sich da in dem Sinne auch nie allein fühlt, wenn man jetzt irgendwie Fragen hat und es ist auch überhaupt nicht hierarchisch. Also das ist dann die andere Seite von dem sehr unkompliziert und teilweise etwas chaotisch. Es ist wirklich auch, man fühlt sich in dem Sinne überhaupt nicht als Neuling, als irgendwie minderwertig oder was weiss ich, sondern es ist eben ein extrem respektvoller Umgang. Also ich finde es jetzt wirklich auch das mit dem EID-Referendum, finde ich wirklich ein Highlight, wie man das organisiert hat, wie man sich jetzt auch gegenseitig unterstützt, jetzt auch wenn die Leute an die Podien gehen mit Recherchen, mit Inputs, eben mit Fragen beantworten können. Das finde ich eigentlich wirklich eine sehr gute Sache. Das Tolle an der Zusammenarbeit der DigiGest ist, dass man im Prinzip das, was die Piratenpartei 2013 in einer formalisierten, ja formalisiert probiert hat, nämlich so der Liquid Democracy-Gedanke, dass jeder sein Puzzlestück einbringen kann. Und bei uns, also in unserer Arbeitsweise ist es eigentlich so, dass viel irgendwo Textwüste in einem Pad ist, also wo verschiedene Leute gleichzeitig reinschreiben können und man unterhaltet sich parallel und versucht eigentlich so sich ans Ziel herzutasten. Zuerst braucht es einen Impuls, nachher wusselt es mit verschiedensten Inputs, aber das Zusammenführen am Schluss ist auch immer eine riesige Steinarbeit, die nicht zu unterschätzen ist. Man merkt aber einfach, das ist so ein bisschen ein Knäuel und man muss sich jetzt ein bisschen so durchwusseln und organisieren und sind ja alle extrem hilfsbereit. Von daher hat das auch eigentlich alles gut geklappt. Ich habe das Gefühl, es ist halt wie an vielen Orten, wahrscheinlich auch in der DigiGest so, dass es am Schluss relativ wenig Leute sind, die sehr viel machen. Und ich glaube, das ist auch eine von den grossen Herausforderungen. Wie schafft man es eigentlich, dass sich die Leute dort engagieren können, wo sie Lust haben und Wände und Energie haben, um etwas zu machen? Wie kann man das am Schluss zusammenbringen, dass etwas Größeres daraus entsteht und trotzdem irgendwie eingehen auf die individuellen Möglichkeiten an Kapazität, Energie, Lust, Expertise und so? Wie bringt man das eigentlich zusammen? Das ist etwas Schwieriges in dem Kontext von freiwilliger Arbeit, wenn man so will. Firmen machen das mit Geld und Arbeitsverträgen und so und das funktioniert ja nicht in diesem Kontext einfach so. Sehr gut, sehr unkompliziert. Man findet sehr schnell über eine Ecke oder zwei Ecken jemanden, der in dem Bereich etwas weiss. Also genau das, was ich brauche in Anführungszeichen. Ja, ich muss sagen, ich empfinde die digitale Gesellschaft als eine sehr, sehr offene und aufnehmende Gesellschaft, also auch als Verein. Man ist sofort dabei, man findet immer Angriffspunkte. Mit allen Vor- und Nachteilen halt, was so eine Offenheit dann auch mit sich bringt. Ja, durchaus. Also wir sind ja so gegen hundert aktive Personen, die sich sehr, sehr unterschiedlich einbringen. Es gibt Leute, die beinahe täglich etwas tun, andere, die brennen vor allem für ein Thema und stürzen sich dann darauf, wenn es da etwas zu tun gibt. Ja, und dieses Engagement von eben halt vielen Leuten aus vielen Teilen, aus Politik, aus den Wissenschaften, natürlich aus der IT, klar. Das führt auch dazu, dass die digitale Gesellschaft als Stimme der Zivilgesellschaft auch wahrgenommen wird als unabhängige Stimme. Und dazu haben wir auch ein paar Aussagen gesammelt. Aber was ich eben sehr hilfreich finde, ist die Vernetzung, die die digitale Gesellschaft bringt. Also, dass man dann eben auch über euch zu neuen Leuten kommt, zu neuen Namen von Experten und Expertinnen, die sich mit einem spezifischen Thema auseinandersetzen. Und das finde ich natürlich super, weil es ist oft sehr, sehr schwierig. Weil wir brauchen, ja gerade wenn man Journalismus macht, braucht man ja nicht einfach nur Leute, die daraus kommen, sondern vor allem Leute, die Sachen erklären können, dass man es versteht, also das vermitteln. Und das ist schon, das finde ich sehr hilfreich, dass man das überall bekommt. Man kann dort auch Meinungen herkommen, die nicht über Darstellung definiert sind, oder? Sondern wirklich Interesse und der Meinung der Mitglieder hundertprozentig entspricht und nicht irgendwie eben ein strategisches Interesse dahinter steht. Und das ist doch ein Unterschied auch zu Berufsverbänden. Nicht gegen Berufsverbände, die haben ihre Berechtigung etc. Aber man muss natürlich auch immer wissen, was ist der Hintergrund von so einem Verband, oder? Innovation an der digitalen Gesellschaft ist auch, dass sie Themen bearbeitet und wenig gespürte Machtkonflikte oder Thematiken als Gespürfusse nicht so stark sind, sondern es ist sehr themenzentriert geblieben, über die Zeit hinweg. Und da gehören schon andere Organisationen, die andere Probleme haben, dann so politische Verbände oder so. Also ich bin Dani Boos und ich gehöre zu verschiedenen Organisationen, die es noch gibt und nicht mehr gibt oder nicht mehr so stark sind. Aktuell bin ich aktiv im Dok 18 vor allem im Institut für Medikulturen. Was mir natürlich sehr gefällt, muss ich schon sagen, ist, dass DIGIGS keine peer-triebene Organisation ist. Es gibt inzwischen X Organisationen, die sehr, wie soll ich sagen, von der Basis her angefangen haben und heute vor allem spendetrieben sind. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Und dann geht aber oft das Know-how verloren, also die Experten werden sie verloren und das ist tödlich. Und ich wünsche DIGIGS, dass ihnen das nie passiert. So dass sie gross und stark wird und trotzdem immer fachlich extrem kompetent bleibt. Also mir hilft es wirklich, dass man relativ einfach an Fachwissen herkommt. Ich sage wenn man jetzt schnell, ja eben, man ist nicht in allem Experten oder man ist sich nicht ganz sicher, dann kann man das über DIGITES relativ schnell an die Quelle herkommt, das verifizieren lassen oder an interessante Inputs herkommt. Das ist eigentlich das entscheidende. Ich habe die digitale Gesellschaft immer darum geschätzt, weil sie fachkundig argumentiert haben, weil sie auch, ich sage jetzt, versucht haben, manchmal mit mehr, manchmal mit ein bisschen weniger Erfolg, dann die komplizierten Sachen auch so zu erklären, dass normale Leute draus kommen. Also zum Beispiel mit normalen Leute meine ich Parlamentsgespännchen, wo es mir natürlich dann wichtige Hilfe war, wenn ich so ein Merkblatt, was heisst Vorratsdatenspeicherung, nicht mehr habe ich selber ausschaffen, sondern auch können sagen, das sind Profis und die wüssten es sogar noch ein bisschen besser als ich und die haben das jetzt aufgeschafft. Ja, ja soweit abbrechen, dass aber jemand, der sich nicht in dem IT-Slang auskennt, eben doch nachvollziehen kann, dass es gesellschaftspolitisch relevant ist. Das finde ich schon, da leistet ja schon eine extrem wichtige Übersetzungsarbeit auch. Und das ist dann auch für die interne Meinungsbildung bei den Grünen auch wichtig gewesen. Es ist ja nicht so, dass man einfach findet, ja, man möchte quasi den Kriminellen möglichst den rote Teppich auslegen, sondern man muss zuerst verstehen, was passiert da und was hat das für eine Funktion, was kann es überhaupt helfen, was kann es auch nicht helfen und wo hat es eben auch quasi, ja, wie soll ich sagen, Nebenwirkungen, die man im Normalfall unterschätzt und natürlich der Bundesrat unter den Tisch fängt. Ja, das ist ziemlich spannend. Es sind ja fast schon Widersprüche, einerseits als Fachorganisation mit viel Wissen wahrgenommen zu werden und dann auf der anderen Seite, die ist dann einfach vermitteln zu können. Ja, was uns sicherlich von anderen Organisationen unterscheidet, ist die klare Wertehaltung. Also, dass unsere Argumentation sich immer auf Grund- und Menschenrechte stützt und wir so das Gemeinwohl im Blick haben. Ja, jetzt haben wir die Gründung und ein paar historische Sachen von der DIGIGES erleben können. Nun wollten wir aber auch von den Leuten wissen, die wir interviewt haben, wie Sie die nächsten zehn Jahre jetzt sind von der DIGIGES. Ich denke, dass es eine gut etablierte Organisation ist, wo, ich würde sagen, zwischen fünf und zehn Personen dort arbeiten und man sehr systematisch, wir können Berichte rausgeben und sehr systematisch in der Öffentlichkeit präsent sein kann. Und dann eben auch die unendlich wichtigen Themen. Und ich glaube, zehn Personen wären ja immer noch fast zu wenig, weil es sind, da dringt ja alles, die DIGIGITALISIERUNG. Und man müsste ja überall praktisch gleichzeitig präsent sein, also von der Medizin bis hin zu den ganzen Bestreben genau jetzt Gesetz durch, äh, die Jurisprudenz durch zu digitalisieren, also die ganze Gerichtsbarkeit, wo ja noch niemand und dann Ahnung hat, welche Effekte das man könnte haben, wenn man es falsch macht. Man wird ja dann das alles erst spät machen. Ich denke, wäre es sehr wichtig, dass in zehn Jahren DIGIGES wirklich eine gut dotierte Organisation ist. In zehn Jahren hoffe ich, dass DIGIGES soweit ist, dass sie immer noch mit dem gleichen Esprit Themen bearbeiten kann, aber mehr Themen als jetzt. Und wir, in dem Sinne, eine starke Stimme sind, wie eine Stiftung für Konsumentenschutz, ein Mieterverband oder eine Gewerkschaft. Das sind ja zum Teil auch relativ mächtige Stimmen. Es geht jetzt nicht um einen Machtanspruch, aber doch, dass man irgendwo, ähm, eine wichtige Stimme in dem System der Aushandlung in der Politik darstellt. Ich würde mir wünschen, und ich glaube auch daran, dass das passieren wird oder möglich ist, dass die DIGIGITALGESELLSHOFT einfach noch eine viel stärkere Stimme wird. Ähm, sowohl im Experten- wie auch im öffentlichen Diskurs, wenn es einfach um irgendwelche Fragen geht, die mit Digitalisierung zu tun haben, dass die DIGIGITALGESELLSHOFT eine von den Ersten ist, die man fragen möchte und in dem Sinne die Einschätzung wissen möchte. Und dass gleichzeitig die DIGIGITALGESELLSHOFT auch so breit abgestützt ist. Und natürlich, also ich meine, die tiefe Expertise ist wie gar nicht, die stopft mich gar nicht infrage. Das ist wie EG, aber dass sie auch so breit abgestützt ist, dass sie auch selber noch mehr Themen einbringen kann und dass sie einfach, dass wir aktiv an dieser Diskussion beteiligt sind, wo es darum geht. Weil ich glaube, all die Fragen, die jetzt mit DIGIGITALISIERING kommen, die werden nicht weniger, die werden nur mehr. Und ich hoffe, dass alle von uns, von der digitalen Gesellschaft in dem Sinne auch so mitwachsen kann. Das fände ich schön. Die DIGIGS eigentlich zu einer wichtigen NGO wird. Wichtiger als teilweise offizielle Kanäle. Ich halte mich weiterentwickelt, so wie jetzt. Also eine intensive Diskussion unter interessierten Nerds, Experten und was auch immer. Ich hoffe, mit deutlich mehr Mitgliedern. Durch das vielleicht auch ein bisschen mehr Manpower. Vielleicht auch besser in der Öffentlichkeit bekannt. Sagen wir jetzt Winterkongress und anderen Formaten, wo man halt wirklich der Bevölkerung sagt, hey, das sind die Chancen und Gefahren von der ganzen Digitalisierung. Wenn ihr Fragen habt, fragt euch, wir können euch helfen. Wir haben nicht irgendwie ein materielles Interesse daran, sondern wirklich ein reines ideales Interesse daran, dass die Digitalisierung auch wirklich gut gemacht wird. Ich sage immer mit Herz und Verstand. Also mit Engagement, aber es soll nicht naiv sein. Und dass eben, dass auch in Medien und Politik ziemlich schnell mal Klick macht, oh ja, DIGIGS könnte man zu diesem Thema auch befragen. Die wissen das vielleicht, oder die haben sicher auch eine fundierte Meinung dazu. Das heisst nicht, dass immer unsere Meinung übernehmen muss. Also man darf ja gerne mal andere Meinungen haben, absolut. Aber dass wir wirklich als Leute mit fundierter Meinung überkommen. Ich hoffe sehr, dass es der digitalen Gesellschaft in den nächsten 10 Jahren gelingt, zu einer etablierten NGO zu werden, weil sie braucht in diesem Bereich unbedingt. Das Know-how muss vernetzt werden. Das Know-how vom Digitalen, von den Programmiermöglichkeiten, von all dem, was da passiert, verbunden mit dem Grundrecht, mit grundrechtlichem Wissen, mit grundrechtlichen Ansprüchen, mit, also jetzt aus dem Journalismus, also auch mit der journalistischen Problematik, oder Geheimhaltungsproblematik von verschieden Staktoren, dass man eigentlich könnte unseren Rechtsstaat, so wie er jetzt ist, auch in Zukunft führen, wenn er technisch bedroht ist. Und das ist eine wichtige, wichtige Rolle der digitalen Gesellschaft als NGO. Und dort hoffe ich einfach, dass die Ressourcen kommen, für die man diesen langen Atem hat, um hier dran zu bleiben. Ich bin stolz darauf, wenn sie 10 Jahre weiterhin so funktioniert und reingeht. Was ich auch stolz darauf finde, ist, wenn sie neue Themen hat, aber andere Themen vielleicht abgegeben hat. Weil andere Themen zum Beispiel nicht mehr wichtig sind, wir haben es endlich gelöst gehabt. Wir haben kein Design. Das würde mich freuen, weil wenn ihr es euch nicht mehr beschäftigen würdet, dann haben wir es gelöst gehabt. Dafür gibt es ganz viele andere Thematiken, die ihr vielleicht aufgenommen habt, die wir heute gar noch nicht so wissen. Ich wünschte mir, dass die digitale Gesellschaft in 10 Jahren quasi, ich sage jetzt in der Schweizer Art, Amnesty International für den digitalen Bereich ist. Also das heisst, eine Organisation, die breit überparteilich vertrauenswürdig ist in diesen Fragen, die klare Werte hat, die nicht nur das Fachwissen hat, sondern eben auch klare Werthaltung behaltet bis dann, die aber gleichzeitig auch ein bisschen sichtbarer ist, wo vielleicht mehr Leute, im Sinne wie das jetzt, ich sage jetzt das Beispiel von Amnesty, die Regionalgruppen hat, die junge Leute hat, die sich mit ihnen auch engagieren, die hineinwachsen, die diese Ideen weiter tragen. Ich wünschte mir auch, dass die digitale Gesellschaft quasi der Go-to-Place ist, wenn man in den Medien etwas über Grundrechte im digitalen Raum möchte erfahren. Oha, da kommt ganz schön viel Verantwortung und Arbeit, könnte man sagen, auf uns zu. Es ist aber sicher so, dass die Themen nicht weniger werden. Und ich gehe auch mit Daniel voll einig und hoffe ebenfalls, dass wir einige Themen auch als gelöst hinter uns lassen können und uns dafür dann mit Elan auf neue konzentrieren können. Ja, denn genau bei einem Verein, der sich mit Technologie und dessen Folgen auf die Gesellschaft beschäftigt, uns wird die Arbeit wahrscheinlich nie ausgehen, weil Technologie bleibt auch nicht irgendwie auf dem Fleck stehen. Also da können wir beruhigt in die Zukunft schauen. Wir werden nicht arbeitslos. Ja, und damit sind wir leider jetzt auch schon am Ende unserer kleinen Reise durch die Geschichte der digitalen Gesellschaft. Gerne fallen wir dann im Abschluss noch mit euch und dann morgen natürlich auch nach dem Winterkongress. Nach dem Winterkongress ist dann auch Benis Bar leider nur virtuell, aber immerhin offen. Ihr findet sie dann in der Welt, in der virtuellen Welt. zu der ihr das Login bekommen habt, oder, Kire? Ja, genau. Vielen Dank, Paki, für die tolle Zusammenstellung und die super Aufnahmen und die tollen Statements. Cool. Ja, ich kann den Dank eigentlich nur zurückgeben an all die Leute, die sich bereit erklärt haben, ihre Zeit zu opfern und uns so ein bisschen neiblich zu geben, wie sie die digitale Gesellschaft von innen und von aussen sehen. Also, und natürlich ein sehr, sehr großes Dankeschön von uns allen hier an die Leute, die die digitale Gesellschaft überhaupt möglich machen. Ja, ich will sie jetzt nicht alle aufzählen, das sind zu viele, aber ja, vielen Dank und auf die nächsten zehn Jahre. Ja, vielen Dank! Vielen Dank.